Tunesische Erfinder haben neue blattlose Turbinen entwickelt. Ein Start-up namens Safon Energy hat ein neues Turbinendesign entwickelt, das ruhiger, sicherer und effizienter als herkömmliche Windenergieanlagen sein soll und in der Lage ist, doppelt so viel Windenergie zu erzeugen. Der Ingenieur Anis Awini leitet die Firma in Tunes. Er sagt, dass es sich um eine alte Technik von Seglern der alten Carthago-Zivilisation handelt, die ihn inspiriert hat, sowie die Bewegungen von Vögeln und Fischen. Der Safonian, wie die Entwicklung heißt, wird in der Lage sein, wird zu Energie umzuwandeln und zwar mit einem Wirkungsgrad von rund 80 Prozent. Die niedrigeren Kosten könnten dies Projekt zu einer attraktiven Quelle für netzferne Energie in den Entwicklungsländern machen. Das Tech-Unternehmen hofft auch, dies in die Praxis umzusetzen mit einer Partnerschaft in Indien. Das konkrete Projekt, das für Indien geplant ist, bestehend aus 50 Windenergieerzeugern, die 20 Kilowatt Kraft erzeugen, insgesamt ein Megawatt, wird ein Windpark sein. Diese in Südindien produzierte Windkraft könnte für ein Dorf mit 1000 Häusern ausreichen. These power produced in South India could meet the demands of a small village of 1000 Häusern, even if the energy will be directly injected into the General Indian Electricity Network. But it's an estimation to ease the understanding for viewers. It's about 1000 Häusern in India. The machine's name, Safonian, comes from the wind divinity that was worshipped by ancient Carthagians. The farm was recently awarded the 2015 Gulf Stream Navigator Award, a prize given to industries that make a positive impact on health, economies or the environment while respecting global cultures. And that's the were used for Pedernicube ofesso. Do not специulately?